und auf geht's in runde kann man sehen runde 3 mein name ist chris wie es auch bekannt als der nette man von nebenan zu meiner seite ich bin das gewichtiger der inhaber dieses kanal dieses raum ist in dem wir sitzen ja heute haben wir drei youtuber für euch vorbereitet genau vorgestellt haben wir die noch nicht die kommen gleich direkt durch die tür nein quatsch wir hatten ja schon mal gehabt egal nein spaß vor sein was jetzt hier alles ein bisschen zu sehen sein und zwar musst du gleich kurz gucken wo der junge mann ist den namen und zwar kann man schon mal den namen vielleicht sagen es gibt nicht mal so wenig kurz hier persönlich noch ein kleines bisschen unbekannt aber ich denke mal dazu kann das gibt vielleicht noch ein bisschen was die übersicht nicht erschreckende freunde fangen wir direkt an cojo der macht eigentlich sowas ähnliches wie wenn ihr top 10 oder top 10 kennt ja so eine top 10 videos oder auch live hacks und alles mögliche der macht letzten tag kamen video von ihm die zehn verrücktesten autotüren der welt teilweise noch unten gegangen in ins blechdonnen da könnt ihr sehen fakten und stories er hat alles mögliche immer auf playlist moment das sieht so scheiße aus aber dafür sind da seht ihr wenig dass es live ist freunde wenn ich hier mit meinem dicken rücken die ganze zeit da und ihr habt ihr die empfohlen in einem playlist von jedem blog ja die kamera er hat mit stories und pranks und nein er ist nicht der horror clown das war auch so eine geschichte letztes jahr wie viele abonnenten hatten wir denn müssten wir mal einmal wieder auf 859 1523 ich möchte dazu kurz was gesagt haben du kannst bezeugen wir haben in einer der letzten wir haben eine der letzten ausgaben haben wir sie vorgestellt ich hatte auch so um die 800 irgendwas in den 60er 1000 929 80.000 abonnenten ja vielleicht um den dreh jeweils wir hatten ihn vorgestellt hatten wir gesagt so und so und bla bla abzukürzen nur wenige tage danach plötzlich kam das eine million abonnenten video ja wo ich nur gedacht habe so ok also wer kulturell ich kennen möge oder wer vielleicht das video sehen sollte rein schauen spaß haben und wenn soweit ist kulturell sagt bescheid wir schauen rein ja so dann würde ich mal sagen geht es direkt gleich weiterhin geschehen da müsstest du vielleicht einmal ganz kurz und zwar nummero zwei ist jemand den ich persönlich die letzte zeit jetzt auch richtig ins herz geschlossen habe und zwar der gute sturmi 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 die waffel doch der einzige der seine leute niemals selber essen würde also man weiß es zumindest nicht und zwar der sturm war will eine millionen 82 226 abonnenten er hat vor vor izzy die eine millionen marke geknackt er hat die eine millionen marke geknackt und das hat er auch in so einem video festgehalten ja ihr seht ja vielleicht so ein bisschen hier unter upload oder so ich versuche mal ohne die ganze zeit meinen hocken auf plänen oder auf videos das sieht zu scheiße aus alter weg musst du machen sie ja ich mag nicht die ganze zeit meine kamera also meine kamera ich mag die ganze zeit meine klinge also kamera guck mal ich finde ich egal so ihr seht auf jeden fall hier so einige von den dingern ähm zum beispiel verarbeitung in der gruppe zusammen mit denen und co wo uh minecraft shit show die shit show ist eigentlich geil so richtig geil wir können ja mal das intro anspielen von dem kein problem ist es hier auf die playtest und ich scroll mal einfach weiter runter ein bisschen nehm ich halt am anfang von den shit show nicht immer die shit show gewachen mach einfach ganz schnell drück einfach auf das letzte ich denke mal ich hoffe es mal werbung das einzige wahre und zwar einen marathon laufen aber natürlich nicht so sondern sondern wie ein wahrer marathon läufer seid ihr bereit 3 3 2 3 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 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 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 16 16 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 16 17 17 18 18 19 19 18 19 18 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 20 19 20 20 20 20 20 20 bekommen das interessante ist ja es ist leider die wahrheit viele spiele die gronk gut kann richtig gut kann es gibt aber auch games da ist er zwar gut drin aber weil er ist besser ja ich erinnere mich an eine einzige aufgabe und ich versuche es wirklich kurz zu halten es ging da um eine aufgabe mit fliegen mit dem flugzeug und gronk hat sich entweder hingepackt oder hat die zeit nicht eingehalten falle also sagt man hat beim ersten versuch hat er direkt geschafft was er zu absolvieren hat und gronk im hintergrund alter ich hasse nicht ja oder die zeiten wo sie gta story mode gespielt haben da hat der sarata mitten in der aufnahme in anruf bekommen ja aufgenommen richtig in der aufnahme aber auch daran siehst du wenigstens ich finde ich zu schade bis mal auf dem so auch es klingelt mal kurz so auch hier möchte ich mal ein kurzer schlusswort herangehauen haben eigentlich kennt jeder zweite sarata also wer gronk kennt kennt auch ihn und wenn nicht dann kennt ihr ihn jetzt ja denn zeitlich gesehen würde ich mal sagen haben wir das wichtigste somit erzählt alles wichtige oder interessante für euch selber rauspicken einfach mal aufklicken und spaß haben weil in diesem sinne ich freue mich oder wir freuen uns auf neue werke und wenn es in deiner einverständnis liegt würde ich sagen das war es mit den drei heutigen wenn ihr wie heißt das ideen vorstellung das wort gerade nicht vorschläge danke da war es wieder wenn ihr vorschläge hat ihr wisst ja hier ist machen wenn wir uns erreichen können ansonsten bevor ich mir komplett alles voll labere mein name ist fris bs ich bedanke mich fürs heutige dabei sein wenn ihr dabei seid könnt ihr mich hier so oben da ihr könnt ihr sie sehen oben rechts und links abonnieren ja 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 und den da könnt ihr da oben hier unten kommt jetzt im letzten video genau dann würde ich mal sagen